und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren folge von sim airport ja ich habe in der zwischenzeit was rausgefunden ich habe das gefunden und besser gesagt den mod gefunden den ich gesucht habe ich habe keine ahnung wieso der hier bei den objekten nicht mit drin ist ja ich muss ihn jedes mal suchen weil ich war mir sicher dass ich den installiert habe jetzt weiß ich es auf jeden fall und wir werden jetzt mal schauen wie wir das ganze immer ich hätte jetzt erstmal die gates vorbereitet tatsächlich dazu brauchen wir treibstoffdepot ne auf jeden fall nicht wir brauchen diese gate teile und die heißen hier boarding desk mit der left wir haben hier die tür ja dann würde ich tatsächlich einfach mal so bauen wir jetzt eigentlich jedes gate auf hier ist richtig rum die großen gates würde ich jetzt jeweils mit fünf pro seite ausrüsten dass wir da auf jeden fall reserve haben wie muss bei den kleinen machen ich glaube da reichen eigentlich auch drei also drei pro seite ja da eigentlich das sind wir da hin da haben wir schon Hier haben wir noch große Gates, aber hier muss man aufpassen, wie wir das da machen. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen anders legen. Ja, da wird es jetzt ein bisschen eng hier unten. Scheiße, wie machen wir das denn hier? Da fehlt der Platz einfach. Dann geben wir dem Gate einfach nicht so viele Passagiere. Da unten. Dann dürfte das ja eigentlich trotzdem ganz gut gehen. So, ihr hier unten. Okay. 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 Okay, hier unten. Okay. Okay. So, jetzt hier einfach und hier unten einfach. Okay. Also jetzt hier rechts. Hier rechts. Ja, hier rechts. Und... left left. Zuweis zu. Mega dumm, dass ich das nicht irgendwie gemeinsam machen kann. Okay, ich glaube, das mache ich dann eher außerhalb der Aufnahme nachher. Okay. Okay. Okay, ich habe das nicht vergessen. Zuweis zu. Zuweis zu. Zuweis zu. Zuweis zu. Zuweis zu. Zuweis zu. Okay, also, das mache ich... das mache ich mal anders. Ähm, genau, jetzt haben wir hier... Die Gates. Sehr gut. Dann brauchen wir noch... ...diese Passport... Passportkontrolle. Die ist ja, wenn wir nicht alles täuschen, auch zweimal. Die ist ja einmal... Ne, warte mal. Beim Security wird, glaube ich, nicht die Passportkontrolle, hm? Ne, das kommt ja wirklich erst hier unten. Ähm, ja, wie machen wir das? Wir dürfen ja nicht vergessen... Wir dürfen ja nicht vergessen... Scheiße. Die Leute... Ich mache hier... Ich mache hier... Ich mache hier das Ganze... Ich mache das Ganze ja gerade hier auf dem zweiten Stopp. Wo ja der Abflug ist. Ja. Das heißt ja aber auch gleichzeitig... Das heißt ja aber auch gleichzeitig, dass hier auch die Leute ankommen. Ich mache das Ganze. Ich mache das nur... Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt nicht mehr. Wenn ich in der zweiten Stopp... Ich lese einfach nicht mehr. Ich habe da einfach mal alle... Treibstoff-Bords. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass die jetzt ein Stockwerk drunter ein Stockwerk drunter ankommen sollen, weil die kommen jetzt ja trotzdem da oben an. Das ist ein bisschen dumm, tatsächlich. Ich hätte eine Idee, wo wir das Ganze lösen können. Wir geben jetzt aber dem Ganzen hier erstmal einen Treibstoffanschluss. Kann ich nur das platzieren. Hier. Irgendwo. Wo ich mach? Ne. Dann mach ich das immer gleich. Und zwar hier. Dann mach ich das auch außerhalb. Okay. Na ja. Jawoll. Was fehlt dir noch? Ein sicherer Bereich muss einen Außenverlust zugeordnet sein. Okay. Wie viele habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann bekommt jeder einfach drei zugewiesen. Hätte ich gesagt. Zuweisen. 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 Unruh. 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 Ach du Scheiße, wie kann ich das denn lösen jetzt? Ähm, wir könnten das natürlich auch so lösen. So, bei wie viel außen geht's hab ich? Äh, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh gut. Muss jetzt einfach mal reichen. So, dann machen wir das Ganze so. Und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Oh maaaannn. Dann gab's doch hier irgendwie, äh, ne 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 ne, hier, Bürgersteig, ja genau. Hier ist doch Bürgersteig. Ja genau, dann du das dem zugeordnet, du das dem hier, zuordnet zu dem. Das da, das da ist aber auch dumm. Eigentlich kann doch wohl über einen Busgate mehrere Außengates ansteuern. Alles muss jetzt immer noch ändern hier. So. Gut. Du brauchst natürlich auch Türen. Das ist klar. Ja. Ja, was ich mir jetzt überlegt hab, ähm, für die Leute, die ja sozusagen abreißen, machen wir, machen wir in die Mitte von unserem Gate hier. Ähm, machen wir eigentlich sowas wie einen Gang. Oder wir sagen, genau, hier soll ja die Passportkontrolle hin. Die, die könnte ich auf Prinzip so anordnen. Okay. Ja, dann machen wir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fünfmal Passport Control. So. So. Fünfmal Passport Control. Ja, genau. Und dann können... Die können ja nur so laufen. Was ist jetzt? Mindestens eine Sicherheitszone muss angefordert. Was muss? Anforderungen erfüllen. Ja, ja, ja. Sicherheitsbeamte fehlen zehn Stück. So, dann könnt ihr hier durch zum Passport Control. Und dann machen wir diesen Fahrsteig. 28 sind es hier 14. Dann lassen wir kurz so. Dann machen wir einen Fahrsteig hier. Dann machen wir einen Fahrsteig hier. Und machen wir einen hier und einen hier. Hier können sie eigentlich überall laufen. Dann machen wir einen Fahrzeug. So, mal. Dann machen wir den Räuch. Dann machen wir den Räuch zum zaggerissen. Dann nehmen wir den Räuch und ziehen die Fahrzeuge auf den Zubadeten. Scheiße, wie war das? Schlange? Oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Ich suche gerade... Nein, ist ein Gate. Wo gab es einen Einrichtungsweg? Einrichtungsweg? Nee, hä? Okay, dann gibt es das vielleicht doch nicht. Ähm... Ja, hier müssen wir noch... Okay, genau. Ja, dann... Und... Hier... Okay, hier ist eigentlich so... Hier... So... Und... Unten... Oh... Jawohl, dann machen wir hier... Eine... Ein... Ne... Einrichtungs... Schau mal... Hier, Einwegpfad! Oh... Ich wusste es doch... Sehr gut... Sehr gut... So, dann nehmen wir hier die Gaze... Hier haben wir diese Holzkräfte... Rose... Hier haben wir die... Oh... Ersteaca... Little Bear... Pyro... Way, Du... Easier Cup. Jasier... mm... Muji Maldon... So, dann machen wir hier, hier ein paar Benken. So, wir kommen in Richtung so langsamer Flugbetrieb auf hier, um einen Flughafen. Jetzt haben wir eigentlich so wie den Abflug fertig. Dauert vielleicht noch zwei oder drei Folgen, bis wir dann auch sozusagen die Anreise haben. Da kann ich ja auch noch viel Spann für das lösen. Jo. Und da war. So, dann machen wir hier noch kurz WC Damen und WC Herren. Jo. Und dann war es das auch wieder für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weise hier mal die ganzen Gates hier zu. Und, äh, und so weiter. Was eigentlich völlig langweilig ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.